Ich habe immer noch Hunger, beklagt sich Cham. Wir auch, maulen die anderen beiden. Sagt mal, wieso geht ihr nicht einmal gemeinsam auf Nahrungssuche? Ich bin mir sicher, zu dritt könntet ihr viel leichter ganz viele Echsen fangen, sodass es für euch alle reicht. Dann müsstet ihr auch keine Zeit für Streitigkeiten verschwenden, sondern hättet immer genug zu essen. Das ist eigentlich kein schlechter Vorschlag, sagt Cham. Was meint ihr, Brüder? Tun wir uns zusammen? Ich kann euch gerne zeigen, wo ich diese Echse aufgestöbert habe. Vielleicht gibt es da noch mehr. Wenn ihr mir helft, dürft ihr gerne jederzeit mein Revier betreten. Cool, das ist doch eine tolle Idee, jubelt Cham. Dasselbe gilt für euch. Mein Revier steht euch jederzeit offen. Da gibt es zwar kaum Echsen, dafür aber viel saftige Libellen und andere Insekten. Super, dann jagen wir jetzt gemeinsam. Ich bin gespannt, ob das was wird. Hab vielen Dank, nettes Menschenkind, für deine tollen Vorschläge, ruft Cham und gib dir einen Faustcheck. Genau, danke, sagt Cham und verabschiedet sich ebenfalls mit einer Faust. Und wenn wir uns jetzt nochmal streiten sollten, spielen wir einfach schnick, schnack, schnuck. So machen wir das. Abgemacht, Brüder. Auch Cham ist einverstanden. Mach's gut. Auch der dritte Zyliophysis verabschiedet sich mit einer Faust und zugleich huschen die drei Brüder ab ins Unterholz. Cham kommt aber nochmals kurz zurück. Ach so, ehe wir es vergessen, du bist ja jederzeit in unserem Wald willkommen. Schau gerne mal wieder vorbei, dann können wir auch mal zusammenspielen. Noch einmal herzlichen Dank. Es war mir eine Freude. Viel Spaß bei der Jagd und nicht vergessen, ihr seid jetzt ein Rudel und dürft euch nicht mehr so viel streiten. Versprochen, lächelt dich Cham an. Dann läuft er davon. Hey Brüder, nicht so schnell. Es geht außerdem hier lang zu den Echsen. Los, kommt schon.